Halli Hallöchen und Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir haben eine SMS von Jimmy bekommen. Äh, mein Vater ist also doch kein komplettes Arschloch. Ich gehe zur Premiere seines Films. Krass, Alter. Treff ihn bei wasponsenbeast, damit er sich ein Smoking besorgen kann. Dann geht's ab zum roten Teppich. Hashtag Stil. Ich rufe ihn mal an. Oh, es tut es. Der hat sich also echt beworben. Klingt auch recht professionell. Also... Das muss er ihn schon lassen. Wir müssen hier immer noch... Man weiß doch nicht, wie wir auf dem Dach landen sollen. Alles ist immer noch so eine Sache. Gut, äh, was machen wir? Pass auf. Als erstes, wir wächst einmal zu Trevor. Ach, fuck. Natürlich am anderen Ende der Stadt. Ja, nicht ganz am anderen Ende, aber... Das war alles klar, Junge? Junge, Junge, Junge. Pass auf, denn wir machen mal nochmal... So, hier sind wir jetzt ungefähr. Wir machen nämlich jetzt nochmal so ein Schild. Okay. So machen wir mal. So machen wir mal. So machen wir mal. So machen wir mal. Mii Mii Herr Trisha? Ob wir sie dann noch mal je rausholen werden? Ja, natürlich schön. Für Trevor, meine ich, ne? Ja, wir speichern mal. Gut. Ja, das ging ja jetzt recht fix. Fix, 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 fix. Da ist locker noch eins dran. So, ich hab keine Ahnung, wo wir jetzt ungefähr sind, aber wir nehmen mal das Ding hier. Oh, jetzt ist ein wenig weiter weg. Aber wir können ja abkürzen. Zack. Und mal eben knappen Kilometer gespart. Motherfucker? Wollte der Motherfucker sagen? Dann haben wir kein Stalldampf mehr? customs club Hue 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 którego das hier sollte sich jetzt ganz gut machen wir sind wofür ist das das ist bestimmt nur sagen hier kacken hunde nicht schild ja 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 ich fühle mich gerade auch fuck up party hier und hast du nicht gesehen ja 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 Die Samrock hat er schon mit mir. Sorry. Sorry, aber ich muss immer rumschnüffeln, Junge. Hm. Hm. Ich hab keine Ahnung, wo das ist. Guck mal, da geht's auch raus. Na toll, nur weil wir den Sanitäter versehentlich... Ich mach so'n Scheißdreck. Kein Bock auf Bullen, Mann. Ja, schön erwischt. Ich hab vergessen, dass hier die Wachleute sind. Äh, Scheiße. Da hab ich gar nicht dran gedacht. Ich dachte mir, okay, donnern wir durch die Filmstudios, aber das sind ja die Wachleute. Und dann... Hm, hm. Wir nehmen jetzt auch alles mit hier. Okay, und dann wechseln wir mal einfach jetzt zu Michael, das ist dann... Ich bin gespannt auf seine Filmpremiere. Wie er sich da ja jetzt auch hart erarbeitet hat. Äh, unser Auto steht wo da? Dave? Du hast es geschafft. Gut. Ich habe dich wieder zurück, Davey. Wieder zurück. Also, was soll ich das machen für mich über Hames, den Rest der FIB, die IAA, und alle anderen? Ja? Die Geschichte ist geschrieben von dem Leben, okay? Wir können die meisten auf den Agenten Sánchez. Ich verstehe diese Geschichte richtig, und die Agenten und Büro wird zurückgehen. Das Problem, das wir brauchen, ist Trevor. Trevor? Warum? Probierst Merriweather, Chinesische Gangster, General Insanity, und so weiter. Ich kann auf Steve, dass du kontrollierst. Aber nicht Trevor. Steve? Er ist jetzt unser Schmerz. Oh, dann wir legen ihn um. Wir legen Steve um. Ich würde Trevor auch nicht umlegen wollen. Ich meine, ich glaube auch kommen, dass das irgendwo geht. Die werden sich hier schon was einfallen lassen, die Leute. Also, Franklin und Michael um. Trevor halt eben nicht. Ja, hab gehen zu lassen, weißt du? Ricky. Ricky von Life Invaders. Bro, I know you'll find this hard to believe, but it's kind of difficult for someone with a middling GPA and bad references to get a job in this climate. You gotta help me. Hey, if there's something, I'll call you. That's all I can say. Good luck out there. Er müsste erstmal ein Job reinkommen, wo er wieder benötigt wird. Erstmal ein neuer Anzug. Zwei Ponsenbees, ein Smoking an. Um zur Premiere von Dead Zusammenbruch zu gehen. Dead, bin gleich bei Ponsenbees. Ich hab nen Wagen besorgt. Nen schicken Smoking. Machen wir Jimmy. Machen wir. Ja. Nen Smoking. Nen Smoking. Okay. Hat Jimmy echt einen Wagen besorgt? Hoffentlich nicht so eine, naja, Jimmy Schüssel. Oh krass, er hat dich die Limo besorgt. Können wir leider nicht reingucken. Ich werde meine Geschichte verkaufen und werden wirklich judgmental. Und ich werde alle Kontakten machen in die Programme zu werden, um ein Produzent zu werden. Und ich werde sogar noch schittier movies machen als mein Vater. Ich will nicht mehr movies wie ihn. Für mich ist es einfach eine Chance. Ja! Sie sehen die Striz-X-Losers? Chisel in der Movie-Bizzle. Hear das, Pinewood? You hear das, Pinewood? Hey, ich höre es und ich nicht mag es. Wir gehen zum Oriental Theater auf Pinewood Boulevard. Get back down hier. Und nicht zu, wie, gawk at celebrities from behind a barrier. Wir sind tatsächlich, wie, properly invited. B to the I to the P. Jimmy. Read my Necros. Entitled. E-N-T. Uh, Titled. Cause I am. Jimmy. Oh Pop, chill. I'm done spraying this shizzle. Let's take a drink. Jimmy, shut up a second. Hey Devin, look. I need to say about Molly, man. I'm sorry, but I didn't do it. I told you to slow it down, Slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. Hey, you made a fool out of me, Michael. And that is something I'm not gonna forget. Look, Devin. I said, I'm sorry. I feel bad for you. But you don't threaten me. Cause this movie is happening, alright? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely Slick. Forgive and forget. Warum glaub ich das nicht? Belieblich zum roten Teppich. Ich hab das Gefühl, das wird ganz übel enden. Hi, you know, I'm really proud of you, even though you did make a pretty shitty movie. Well, thank you, Jim. Where are the girls? Uh, they're at home. You know, they'll, uh, express their pride by showing up really late. Uh, of course they will. And, uh, have you ever, uh, thought, maybe I shouldn't shoot sex scenes in a green screen kind of environment? Yeah, yeah, it's, uh, the thought is, uh, crossed my mind, I suppose. Thanks, Antonio. Give me nice and tight. Hey, it's Laszlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars, beautiful faces. We're gonna see some side boot tonight. Come on. We did it! Salomon! We fucking did it! Fucking A! Fuck you, Fate! I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Binewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. There you go. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards, Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. Um, I'm Laszlo from, uh, Famer Shame. Um, but I do some acting on the side. I was wondering if, uh... Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff! Ha, ha, ha! Pervert. Come on. Let's go over here. She's lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Um, love, love, loved the movie. Oh, thank you so much. I appreciate it. When, when you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that was... Okay. Alright, Jesus Christ. That was emotional. Sticking eye. Just have a hug. That really affected me. Alright, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Excuse me. Come on. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit dick. Ich wette, er hat Tracy und Amanda. Oh, Mist. Ja, die holen wir jetzt. Devin, du hast zwei Minuten Zeit, um dich für deine Familie zu opfern, du Arsch. Rette deine Familie. Ich lese jetzt nicht mit, ihr lest das, ihr erzählt mir, dass er nach Ihnen allen was da passiert. Ja. Ich würde gerne testen, man mit dem Ding driften kann. Aber dafür fehlt uns leider die Zeit, um Scheiße zu bauen. Shit. Alright. Okay. 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 They'll be fine. They're tough. This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all these connections. I'm sure it's just talk. They're gonna be fine. They're gonna be fine. Very rather Karen. Alright, Jimmy. You gotta hide. I'm gonna find the girls. Daddy's home, you tricks. I'm seriously gonna shoot. Ryan, let's do this thing. What have I done with Tracy? We gotta get in there, Michael. He's in there with our girls. Mom, stop it. Come on, son. What? Tommy. Come on. He's in there. Come on. Come on. Come on. Do something. Help me. Daddy. Help me. Get away from her. Be quiet. Please, come on. Oh! Sie sollte sich irgendwie... Sie sollte sich wirklich irgendwie... Sie sollte sich wirklich irgendwie Sorgen von den Typen von Maryweather machen. Okay. Ich kenn das Haus... Das ist wie meine beste Tasche. Danach müssen wir echt renovieren. Nein! Ich bin auch nicht! Ich bin auch nicht! Ich bin gut, Trace. Du bist einfach unten. Ich bin gut, Trace. Du bist einfach unten, liebte. Let's go, motherfucker! Someone, gib mir cover! Nein! Niemand wird dich töten! Vater hat mich! Ich brauche dich! Halt! 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 Hör vor. Ich hoffe, das klappt. Ich habe dich, du d***. Du bist okay? Nein, das ist nicht. Was war das? Trever. Schöne mich, Alter. Das ist ein Tübeck-Diet. Wie erklärt man das der Polizei? Junge, 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 Junge. Aber wir haben sie gerettet. Sie kamen zu meinem Haus, Lester. Meine Haus! Also habe ich die Mann und die Kinder zu gehen für ein paar Tage. Ich liebe es zu sagen, aber Perryweather ist nicht sicher, ob Sie zu kommen und töten Sie. Oder ist Devin Weston. Ich habe keine Perspektive, Lester. Sie kamen nach meiner Familie. Oh, genau, genau. Ich weiß nicht was zu sagen. Ist das verändert, wo Sie stehen, auf der Unions-Depository? No, nein. Wir gehen auf das gleiche. bevor es noch heißer wird. Das ist smart. Ich brauche den Strip-Joint. Ich werde Frank und Trevor sagen. Wuhuuu. Also geht es in der nächsten Folge wohl endlich an diesen großen Deal. Und ähm... Ja. Äh... Oder an den großen Kuh. Oder was auch immer. Jedenfalls. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bleibt also dran. Bis dahin. Und tschüssi. Ich bin... Vielen Dank.